Hallo ihr Lieben, eine kleine Verlosung gibt es heute, nein eigentlich zwei. Einmal diese süßen Masken hier, Sheetmasken von Action. Ihr wisst ja, sobald wir zur Action reinkommen, da kommt zuerst immer der Bastelbereich, da hilft mir mein weltbester Ehemann und dann sehe ich nur noch einen und suche ihn, aber ich brauche nicht lange suchen, ich weiß wo er denn ist, dann steht er bei den Masken und holt Masken für euch. Und diesmal hat er also hier diese, die sieht aus wie so eine Packung Popcorn, es sind aber keine Popcorns drauf, das nur. So, dann eine mit Avocado und die heißt Let's Avocado, also Kadel heißt ja Knuddel, Schnusen. So, dann die heißt Bombs Away mit Granatapfel, dann eine Feeling Nuts mit Mandelöl, also ganz was feines, und eine Fußmaske mit rote Traubenduft. Alles klar. Gut, dann ist also die eine Verlosung. Hashtag 1. Hashtag, äh, Hashtag Masken hab ich einfach genannt. Okay. Ich hab's nämlich schon drauf gestrieben, Hashtag Masken. Ähm, es wär sehr schön, wenn noch nicht geschehen, dass ihr unseren Kanal abonniert, dann freuen wir uns und einen Daumen hoch gebt und vielleicht einen netten Kommentar da lasst. Und wie gesagt, wenn ihr gewinnen müsst, dann bitte mit Hashtag Masken oder eben Hashtag Palette, die kommt jetzt gleich. Ähm, nur zur Info, ich sag's nur dabei, wir werden unseren Kanal nicht monetarisieren, also wir wollen da nix dran verdienen. Im Gegenteil, wir zahlen ja drauf, weil wir immer wieder Sachen für euch holen, aber weil wir, wie sagst du immer so schön, solange wir es können, machen wir es, ne? Weil es uns Spaß macht. Und vor allem mir, das hat mir auch schon oft geholfen, aber andere Sachen. So, dann haben wir hier, die ist auch von Action, die heißt von Fab Factory Let's Face, weil 28 Farben drin sind. Moment, jetzt muss ich aufpassen, dass ich, dass kein Spiegel drin ist, ne? Es ist, glaube ich, gar kein Spiegel drin. Schau mal hinten da. Ne. Weil, ja, das Haus möchte immer noch nicht im Video erscheinen. Ich weiß nicht warum, aber es ist, wie es ist. Natürlich sind die Sachen alle nagelneu. Ich hab also keine Maske rausgenommen und wieder reingetan oder so. Hier ist also eine Palette für die Augen. Wirklich schöne, tragbare Farben für alle möglichen Looks. Dann kann man das so wegschieben und dann kommt nochmal für die Augen andere Farben. Also eigentlich hat man alles, was man sich nur vorstellen kann, ne? Und dann kommt noch was fürs Gesicht. So. Da ist ein Highlighter, ne? Ein Bronzer, ein Highlighter, ein zweierlei Blush. Einmal so Pink und einmal Peach. Pfirsichfarben. Ja. Eigentlich alles, was man braucht, in einer einzigen Palette. Und da sind auch noch Tipps, wie es geht. Aber ihr könnt das machen, wie ihr wollt. Ich mach's auch, wie ich will. Das Schminken, meine ich. Ja. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Da ist ein Magnetverschluss. Ich finde sowas immer toll. Ja. Spielkind. Also auch große Influencer loben inzwischen wirklich die Masken, die Masken, die Paletten von Action, ja, die Masken auf, weil die echt gut sind. Ich hab auch mehrere davon und bin sehr zufrieden. Ihr Lieben. Also das ist Hashtag, bei der Palette. Hashtag Masken. Und jetzt machen wir noch ein Video für Bastler. Bis dann. Tschüss.